So, ihr seht, ich bin heute mal ein bisschen unterwegs, denn es ist kaum zu glauben, ich habe mal maßenweit ein paar Pakete in der Packstation, sonst immer nur ein Paket drin, aber heute war gerade einkaufen, man sieht, alles voll und dann, okay, dann denke ich so, SMS 1, SMS 2, SMS 3, DHL, 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 ich dachte so, what the, ich weiß, dass ein einziges Paket davon war angemeldet, das ist nämlich das, was ich wollte, aber nicht die anderen beiden, das heißt, jetzt heißt es gucken, was ist da drin, bitte, von wem, das heißt Mal gucken, wo gehe ich da rein, weil ich ja nicht weiß, ich weiß, wie groß die sind, so, da sieht man, ich bin Parkstationiuser, ja, ich glaube, wo kommt, ok, Zeitraum, und ich weiß, wie ich will, ja, ich weiß, ich weiß, wie manche will der Automat auch nicht so wie ich will, da, Sendung abholen, ok, öffnen, einfach wird geöffnet ok das sind schon mal zwei Pakete einmessen, einmessen ich hab doch gar nichts über einmessen bestellt ach so jetzt haben wir noch einen Brief öffnen noch einmessen also das ist das, das ist in Ordnung das war das, was ich nicht bestellen musste weil mein Handy hat eine Macke und das ist es derzeit was sagt die Automatierer Serien abwenden, Sendung abholen ok also merken drei Pakete auf einen Schlag wovon eins erwartet war ok das Unpackungsvideo gibt es später oder ich häng's hier dran so und hier ist das zweite Video das Unpack Video sieht man, ein Paket, zwei Paket also ein Paket, zwei Paket, drei Paket wobei das wohl als passt als Brief geschickt so guck mal was ist das ok das nennt emerson frustfeier Paket wow Twitch wo's bei der Paket Super, halt drauf. Ja, ich weiß. Mach man so. So, das ist so. Hier kann nur eins drin sein, das vermutlich alles was ich noch brauchte, weil das Originalteil von meinen ist ja kaputt. Oh, ich hoffe, da war jetzt nicht meine... Scheiße, da war meine Adresse drauf. Okay, da habe ich was zu dem Fall, dass es auf dem Video verlesen ist. Sonst ist nichts drin, gut. Okay, Frustverpackung, aber das Ding ist jetzt okay. Alter. Oh, noch einen Moment. Oh, wir machen können wir. Ich weiß, jetzt sieht man quasi gar nichts. Was? Krustfreie Verpackung. Ein Scheiß. Krustfreie Verpackung. Wie ein... Obst, ich mach mal ein Licht... Kann ich das Licht anmachen? Moment, ich mach das wieder mal kurz. Ich muss das Licht anmachen. Zu dunkel hier. So, jetzt mit wie durch. Es ist zwar Tag, aber ich habe meine Gardine vor, die macht dunkel. Wie man sieht, ist nur ein Datenkabel. Und zwar das für mein Handy, weil das Original hat entweder hier oder hier einen Bruch. Oder irgendwo im Kabel selbst drin oder irgendwo einen Schaden, weil es lädt nicht mehr richtig. Ich habe zwar noch ein zweites Kabel, aber das hat auch einen Bruch. Lädt ein bisschen besser, aber auch nicht gerade toll. Ergo. Halt ich ihn mal aus der... Warte, mal zoom, 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 zoom. Ähm, scharf stehen. Wie man sieht aus der Amazon Basic Reihe habe ich mir jetzt ein neues Kabel bestellt. Das war zwar mein letztes Geld, aber... Was bringt mir jetzt, wenn ich ein Datenkabel habe, was nicht funktioniert? Und mein Handy sich entdeht, obwohl es eine Ladestation ist. Ergo. Ein Investment, was ich ihm sein musste. Für so ein Handy, diese Dinge wie ich. Okay. Das war Paket 1. Jetzt haben wir Paket 2. Und das ist eine Brustfeilverpackung. Nicht das, was Amazon da gesagt hat. Wie ihr euch... Wie ihr seht... Anker? Oder was ist das? Ist das, was ich vermute? Weil ich habe so einen Briefpost, ähm, eine Mail gekriegt, dass da was... Äh, dass sie was schicken. Aber das, was jetzt schon da ist... Tatsache! Tatsache! Anker... 12 Volt auf 2x5 Volt. Da, die Gerät. Und zwar... Wenn ich das richtig sehe. Ein bisschen scharf sehen. Unten für iPhone, also für das Handy von meinen Kollegen, wenn ich mit dem Auto fahre. Und oben für mich. Geil! 3,6 Ampere. 3,6 Ampere. Gut. Gefällt mir. Okay, ich kann auch den LP-Port nutzen. Das ist scheißegal, welchen ich nutze, weil... Ähm... Naja... 1,5 Volt ist ein bisschen wenig für meinen Android. Weil der braucht... Hat der schon original 2 Volt. Also würde ich den LP-Port nutzen. Steht auch hier hinten drauf. Eigentlich sind beide gleich. Ich glaube auch... Bei beiden müssen ja auch, dass die Datenleitung kursgeschlossen sein. Okay, das Auspacken mache ich gleich. Das Gesamte auspacken. Hier ist wahrscheinlich nur eine Rechnung drin. Ach nun... Ähm... Äh... Ja. Irgendwas man sieht. Ich habe dafür nichts gezahlt. Und... Ist hier Tankenfall oder? Aber... Es war eben... Ein Gratis. Dann dürfte das auch das andere sein, was ich gesagt habe. Was wieder keine Frustbewerbung ist. Aber... Kampfmesser. Wie heißt das? Der Besitz ist ein Kampfmesser. Der hat eine Waffe. Das ist doch verboten. Jein. Der Besitz ist nicht strafbar. Und auch das Nutzen in der Wohnung ist nicht strafbar. Ich darf damit nur nicht draussen rumrennen. Das ist eine Straftat. So... Jetzt guck mal... Was ich jetzt hier mal... So... So... Dabei ist das Video kurz mal unterbrochen, weil ich auf die Neustellketaste gekommen bin. Die es nicht mal wieder auflösert. Äh... Auslöse-Taste und Stopp-Taste. Okay, das ist das andere. Okay. Das nennt man wieder Express-Versendung. Wieder Anker. Ups... Da ist was hatten... Es war gekrebt. Fest gekrebt. Eine vertikale Maus mit Kabel. Okay. Gut. Man sieht... Wieder Anker. Ich hab zwar eine Maus. Aber eine normale. Und die soll ich... Laut Information. Genauso wie das Ding. Ähm... Wer jetzt sagt... Okay. Woher hat er jetzt Anker-Produkte ohne dass er dafür bezahlen muss? Nun ja. Sowas nennt man Power-User. Bei Anker-User. Dann kriegt man eine Mail. Und kann sich aussuchen, was man kriegt. Es gibt bestimmte Sachen wie teurere Sachen wie das hier. Wie die Maus. Und billige Sachen wie die hier. Dann kann man zwei Sachen nehmen. Von den billigen Sachen kann man dann so viele nehmen wie es ist. Die Maus war natürlich mit Sternen gekennzeichnet. Was bedeutet... Alle Produkte mit Sternen nur ein einziges. Das heißt... Aus der ganzen Liste mit... Produkten mit Sternen durfte ich nur eins entwählen. Bei denen hier durfte ich dann... Hätte ich dann mehrere nehmen können. Also aus der Produkt-Reihe. Sie sagt... Okay. Ich nehme jetzt einen Autolader-Krieg. Weil ich ja auch öfters... Ähm... Mit Kollegen... Längere stecken mit dem Autofahrer als Navi. Also... Dann mein altes Jahr... Von Hama eine China-Produktion. Die auch... Dieselbe... Der selbe USB-Port wird auch unter anderen Namen... Ähm... Verkauft. Aber die Elektronik drin ist genau dieselbe. Bei allen... Exakt der selbe Fehler. Exakt die selben Macken. Alles Schrott. Man kriegt die... Man kriegt die... Das wofür man bezahlt. Das ist eben... Möw gewesen. Der hier ist etwas teurer. Dual USB. Ich hatte von Venn Vonnecken Dual USB. Aber... Aber... Auch der hatte... Taugte nichts. Und deswegen... Ist das... Und damit ich auch das... Ding hier richtig nutzen kann... Ich nehme noch das dazu. Weil eben das Original... Ähm... Samson-Kabel... Naja... Wie sagt man es denn? Es ist nicht für den Autoeinsatz gedacht. Dementsprechend hat sich das natürlich dann... Verabschiedet. Weil man am Ende wieder Spannung drauf war. Also jetzt hier... Zugspannung. Und das war das... Endpackungsvideo. Drei Artikel. Wovon nur das bezahlt ist. Das andere ist... Aus dem Power-User-Programm. Also... Das heißt... Testen. Und die alten Testbericht schreiben. Ich natürlich mache hier auch Produktvideo dazu. Dann eben... Wie ich gesagt... Wie ich auch... Geschrieben habe. Zur Maus werde ich das machen können. Zum Ladegerät weiß ich nicht. Weil... Das heißt ja nur... Ich muss eine Rezession schreiben. Also... Das werde ich hinkriegen. Also packen wir uns an. Ich hole mal jetzt draußen... Alles mit Balls raus. Äh... Das ist nämlich das Gute. Ähm... Ich darf die Dinge natürlich dann... Nach der Rezession behalten. Ich muss sie nicht wieder zurückschicken. Äh... Das heißt... Brauchbare Produkte... For free. Fühlt sich fertig an. Zwar Kunststoff. Aber... Die Grauter Kunststoff. Zum Reihen rausziehen. Und die Glatter Kunststoff. Gut. Kann ich nachher im Auto testen. Weil ich nachher wohl wegfahre. Nein, ich bin kein Autofahrer. Ich bin nur Beifahrer. So wie immer. Ich brauche auch nichts anderes. Autos heutzutage sind zu teuer. Ja... Guck mal... Muss ich jetzt das Ding hier auch machen. Zack. Weil da liegt auch raus. Was haben wir? Toll. Äh... Achso. Äh... Ja. Sekurierverpackung oder was? Äh... Hallo? Wären sie so freundlich und... Wären mal rauskommen? Achso. Jetzt sehe ich ihn auch noch verkehrt. Hm. 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 Fliege... Hey. Jetzt hau ich da auch raus. Nämlich... Danke. Äh... Ok. Jetzt gucken... ich muss das nach oben rachten. Hm. Fliege gut an. Und ja, ich bin es links hinter, aber ich kann die Maus... Yo, das fühlt sich auch richtig mal. Kann ich auch gut halten. Na ja, Maus lassen wird etwas lauter, ist gut. So, das werde ich nachher auch mal beim Kohler testen. Weil das Ding hat 1600 dpi, wenn ich das richtig... Ja, 1600 dpi. Hat meine normale, ähm... Welchen Hersteller war die jetzt? Giga, Giga, ich weiß es gar nicht mehr. Auch, die hat auch Option zum Umschalten, aber na ja, brauche ich nicht. Nummer 6, wo ist die Taste Nummer 6? Hä? Ach, da oben. Ja, dpi ist jetzt da. Okay. Gut, hier wende ich das Video mal. Drei Produkte. Wem fliegt nur eins zu zeigen. Also wer mir selber mal Sachen zuschicken will, kann es an die Adresse machen. Und Ende. Und Ende. Gut. Ja. . Vielen Dank.